Wir befinden uns heute hier in Pfullendorf zur Eröffnung unseres dritten Samena Recovery Centers mit allen Gadgets, die ihr auch Infrastanz und Regens kennt. Echt spitze und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Endlich habe ich es geschafft, die Initiatoren vor die Kamera zu bekommen, die Gebrüder Brucker und es war wirklich spannend mit ihnen gemeinsam im Joint Venture dieses Samena Recovery Center hier entstehen zu lassen. Ich denke wir haben uns da schnell gefunden auf einer Ebene und haben das super umgesetzt, aber wir hören gerne was ihr dazu sagt. Ja, also mein Name ist Rolf Brucker. Philipp, vielen Dank, dass du uns zu diesem hier angetrieben hast oder uns davon überzeugen konntest. Also wir sind ja hier totale Frischlinge in dem Gebiet, aber ich glaube das Thema Gesundheit usw. haben wir hier richtig gut aufgenommen und du hast das Potenzial erkannt. Wir sind froh darüber, zwar mit viel Mühe usw. Aber wir sind glaube ich auf dem richtigen Weg. Ja hallo, ich bin Roland und ich könnte jetzt sagen, innerhalb von zehn Monaten vom Anwender zum Besitzer vom Recovery war eine tolle Geschichte. Wie gesagt, ich habe es kennengelernt dank Philipp seiner Initiative in Fraschlands und als wir das dann hier erworben haben im Dezember war in kurzer Zeit klar, dass wir das umsetzen wollen und das haben wir jetzt auch wirklich geschafft. zum ersten Oktober wollten wir aufmachen und bis auf die Außenfassade ist wirklich alles zu 99 Prozent fertig. Eine richtig tolle Geschichte. Ich bin auch total stolz drauf. Ich bin froh, dass das so funktioniert hat und es ist einfach eine wunderschöne Einrichtung hier. Wir wollen unserer Umgebung hier einfach was Gutes tun. Sie sollen hierher kommen und sich erholen. Die Ersten haben es heute schon ausprobiert an dem Schnuttertag. Tolle Geschichte. Also wie gesagt, vielen Dank Philipp. Auch toll, dass du da dabei bist. Hammer. Ciao!